Heyo Leute, Gaming is wieder berg am Start und zwar habe ich heute eine schöne Produktplatzierung von EasySMX. Wir haben hier ein geiles Headset gesponsert bekommen, das packe ich jetzt erstmal mit euch aus. Und dann waren die auch noch so nett und haben mir einen Gutscheincode für ein Headset gegeben, was ich an euch verlose. So, da drin ist noch eine Beschreibung. Die machen wir jetzt erstmal weg. Hier könnt ihr euch die Daten ablesen. Der Link natürlich ist auch zum Produkt in der Beschreibung. Sorry für die Kameraqualität, geht gerade nicht besser. So, als erstes sehen wir natürlich hier sehr hygienisch verpackt. Das hier hatte ich vorher bei einem Headset noch nie, das hier so noch ganz hygienisch so ein Teil verpackt ist. Dann machen wir das mal weg, so. Und erstmal sieht es richtig stylisch aus, hier sind wahrscheinlich LEDs drin. So, jetzt stecken wir das Ganze mal im PC ein. Ich mache das hier erstmal auf. Okay. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier sind schon die LEDs, die sich gerade am wechseln sind auf beiden Seiten. Hier ist ein Mute-Button. Seht ihr, glaube ich, hier, wenn das nicht an ist, ist es an. Wenn ihr nochmal drauf drückt, ist es aus. Dann kann man hier die Volume, ich weiß nicht, ob man das sieht. Volume kann man lauter, leiser machen. Und hier kann man, glaube ich, die RGB-Dings einzeln noch einstellen. Ist auch ganz geil gemacht. Aber ich glaube, ich lasse es auf. Ja genau, wenn man es ganz aufdreht, dann ist, glaube ich, Farbenwechsel drin. Ich würde sagen, wir testen jetzt das ganze Headset mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wie ihr das Headset gewinnen könnt. Ihr schreibt einfach unten in die Beschreibung, warum ihr das Headset gewinnen wollt. Und schreibt mir natürlich noch eine Möglichkeit, wie ich euch kontaktieren kann. Ich habe zwar am Ende dieses Video gesagt, es wird irgendwo versteckt sein in einem Video oder in einem Livestream. Aber ich denke, ich werde es einfach mit einem random Comment-Picker machen. Haut da rein. Ab geht's mit dem Video. So, ich zeige euch jetzt erst mal hier ganz kurz das ganze Headset an sich. Also ich habe mir jetzt einmal hier das geholt. Ihr seht natürlich hier das, was ich euch bei ihm auch schon gezeigt habe. Hier das Mikrofon da ist. Ist auf jeden Fall ziemlich geil. Wir schauen uns mal ganz kurz das Video dazu an. Dann kann ich auch schon den Sound hier testen. Also der Sound ist sick. Genau, hier kann man sich stumm. Lauter machen. Ist chilliger als wenn man hier die ganze Zeit unten das machen muss. Genau, und RGB habe ich euch auch bei dem gezeigt. Also der Sound ist echt sick. So, also der Sound ist schon mal richtig geil. Also die 7.1, die hörst du raus. Ist auch eine neue Version, sieht man hier. Hier sind noch verschiedene Modelle, sage ich mal. Ich habe hier jetzt das da. Für euch habe ich bekommen zum Verlosen dieses Headset. Könnt ihr natürlich auch für die PS4 und PC benutzen. Genauso wie das hier. Und zwar habe ich wie gesagt hier für einen Code bekommen. Ihr könnt es dann in den Einkaufswagen machen. Und dann gebt ihr halt den Gutscheincode ein, den ich für euch habe. Und dann zahlt ihr für das Produkt gar nichts. Ist natürlich eine geile Kooperation. Fand ich auf jeden Fall Ehre von EasySMX. Und ich bin gerade sehr positiv überrascht von dem Ganzen. Ich höre mir mal geiles. Ich höre jetzt einfach mal auf YouTube. Nach einem High Quality. Soundtest. So. Einfach. Machen wir es so. Genau. Und das ist eigentlich eins der besten Tests. Okay. Kann es auf jeden Fall fühlen. Der Sound ist richtig krank. So. Ich möchte jetzt nicht länger machen, sonst kriege ich wieder Strike von YouTube. wegen der Musik. Aber wir können hier nochmal ganz schnell fest machen. Machen. Also HQ steht für High Quality. Also HQ steht für High Quality. Und es gibt hier glaube ich auch noch einen 20 Euro Coupon. Gerade von Amazon. Aber ich weiß nicht wie lange noch. Hier. Ich habe den schon eingelöst. Deshalb kann ich den jetzt nicht hier nochmal zeigen für euch. Aber ich glaube man kann um die 20 Euro gerade das Headset kriegen. Und dafür ist das Headset gerade ultra krank. Auch für 40 Euro ist es noch ultra krank. Wenn ich überlege. Ich habe für mein anderes Konsolen Headset fast 106 Euro gezahlt. Und ich merke da jetzt keinen Unterschied. Das ist jetzt mein Realtalk ernst. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das zustande gekommen ist. Danke an EasySMX nochmal. Das war es mit dem Video. Die Tage werde ich dann in einem Stream oder in einem Extra Video das ganze verlosen. Das Headset hier. Und ja. Also immer schön aktiv sein. Abonnieren. Blog aktivieren. Und dann werdet ihr irgendwann entweder versteckt in einem Video oder in einem Livestream. Und die ganz aktiven Spritzer dieses Headset gewinnen können. Also haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.